Musik Neben unserer bestehenden Partnerschaft mit der Software AG war die Inhaltsbreite und Tiefe der Plattform der Wirkungsgrad für uns nach dem Shortlisting einer oder der am Markt befindlichen IoT-Plattform, das der haupt ausschlaggebende Grund. Wir werden dem Kunden als Infrastrukturanbieter die Cumulosity IoT-Plattform ab Werk auf unseren Geräten vorinstallieren und diese dann dem Kunden in unterschiedlichen Paketen bereitstellen. Wenn Sie sich ein T-Shirt-Sizing-SML vorstellen, dementsprechend werden wir diese Appliances, Abwerk für unseren Kunden so konfigurieren, dass die Integration in der Kundeninfrastruktur, also wie auch immer die IT beim Kunden architektonisch gehandhabt wird, dort Plug & Play zur Verfügung stehen wird. Was ist eine Appliance? Das ist ein vorkonfigurierter Server mit der IoT-Plattform von der Cumulosity, die wir bereits im Werk installieren und dem Kunden zur Verfügung stellen für die Installation in den einzelnen Zielmärkten. Was ist das Haupteinsatz-Szenario? Das ist das Industrial Internet of Things, also sprich die verarbeitende Industrie, dort wo Produkte hergestellt, verarbeitet und dementsprechend weiter versandt werden. Wir sehen dort den Haupteinsatzort, plus natürlich überall dort, wo quasi Prozessdaten anfallen, die zur Analyse bereitgestellt werden können und dann dementsprechend Optimierungspotenzial bieten. Erste Projekte gibt es bereits, wo wir mit Kunden daran arbeiten, weltweit bereitgestellte Sensoren in Maschinen über die dementsprechende Infrastruktur einzusammeln und zentral zu analysieren und zu verwalten.